hallo leute heute möchte ich mir mal ein baguette machen in meiner heißluft fritteuse bin mal gespannt ob es funktioniert und wie das ergebnis dann ist auf der verpackung steht um luft 200 grad 13 bis 15 minuten mal schauen passt optimal rein profi cock oder so heißt das teil 200 grad sind wir machen mal 15 minuten 200 grad dann schauen wir mal bis gleich 15 mittel sind um und es riecht ein bisschen angebrennt naja nächstes mal vielleicht zwei minuten weniger 13 minuten vielleicht alles klar also macht sicher wunderbar das teil gut bis dann